Für die UNO-Resolution wollte ich einfach eine Pause, also einen Konflikt von Israel gegen Hamas. Und die Länder, die europäische Länder, die Deutschland und Italien, die haben nicht den Mut gehabt, Ja zu sagen. Eigentlich haben sie überhaupt nicht gewählt. Also die haben weder Nein noch Ja gesagt, weil wenn die Ja gesagt haben, da wären sie zu sehr nicht an die Leute.